vor allem frage ich mich bei welchem server schauen die bitte deren schlangen sind ein witz vor allem 10 uhr morgens hätte man eine warteschlange von 54 haben können glaub ich nicht bei welchem server schauen die bitte bei dem wo es am wenigsten los ist was ist denn da los niemals um 10 uhr morgens niemals wir müssen also noch früher aufstehen ich muss aber nur meine dailies machen also die dailies habe ich heute ja gemacht muss ich halt die ganze zeit so wie zum geier komme ich jetzt da rein ja da unten wo das speicher ding ist muss ich wahrscheinlich hin also nicht umsonst ein speicher ding da geht es dann mal rein so ich so so ich 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 Oh, oh, ist passiert was. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, da sind Autos! Da sind Fakina Autos. Der hört mich doch verarschen. Da sind Fakina Autos. 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 Also Munition kann ich dann ruhig wegschmeißen, wenn ich mal keinen Platz habe. Oh, mal gucken was da drin ist. Was ist in Tor Nummer 1? Da sind Fakina Autos. 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 Fakina Autos. Das sind Fakina Autos. Da sind Fakina Autos. Da sind Fakina Autos. Okay. Ja, paddakt, paddamt. Ja, paddakt, paddakt. Ja, paddakt, paddakt. Ja, 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 paddakt. Kamurocho Hills. Ja, paddakt. Ja. Das war's. Im fünften Teil war schon das Gebiet nicht mehr verfügbar, ne? Was ich halt schade finde, aber es ist verschwindetes Potenzial. Das war's. Oh, ist Daigo da? Das war's. 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020